LUMOS Kapitel 178 Ein Maulkorb für die Schlange Nervös mit den Füßen scharrend, harrte Jean aus, während Dumbledore zur Tür seines Büros schritt und diese öffnete. Sie hörte, wie Severus von ihm hereingebeten wurde. Sie waren keine halbe Stunde voneinander getrennt gewesen, trotzdem begann Jeans Herz schon wieder schneller zu schlagen, als der dunkelhaarige Junge sich jetzt auf den Stuhl neben sie setzte. Severus streifte sie mit einem fragenden Blick, bevor sein glattes Haar vor sein Gesicht schwang und es somit verdeckte, als er den Kopf senkte und Dumbledores Blick auswich. Severus Snape schien sich im Schulleiterbüro nicht sonderlich wohlzufühlen, und Jean würde auch bald klar werden, warum dem so war. Hogwarts' Schuldirektor nahm wieder hinter seinem massigen Schreibtisch Platz. Eine Weile herrschte angespannte Stille im Raum, Severus sah es steuf wie ein Stock da und starrte auf seine im Schoß gefalteten Hände. Jean knetete angespannt die Iren. Sie erwartete, dass der alte Zauberer endlich das Wort ergriff, der wiederum ließ sich Zeit. Mein geschätzter Kollege Horace hält sie für ein vielversprechendes Talent im Mischen von Zaubertränken, Mr. Snape, meinte Dumbledore irgendwann aufmunternd. Jean atmete im Stillen auf. Diese Art der Gesprächseröffnung sollte offenbar dazu dienen, das Eis zu brechen. Doch Severus, das merkte sie schnell, war niemand, der sich so leicht durch Komplimente beeinflussen ließ, selbst wenn es vom großen Albus Dumbledore stammte. Das Lob perlte an ihm ab, wie Phönix Tränen am Gefieder des majestätischen Vögels, der gerade auf seiner Stange hinter der Tür saß, den Schnabel unter einen Flügel gesteckt und sich emsig putzend. Severus sah zwar auf, sein Blick blieb jedoch skeptisch. Zaubertränke ist mein Lieblingsfach, räumte er lediglich ein. Und wenn Professor Slughan behauptet, ich sei gut darin, nehme ich dieses Lob gern an. Seiner Meinung nach haben sie durchaus das Zeug dazu, dieses ja als Jahrgangsbester in diesem Pfoch abzuschließen, fuhr Dumbledore lächelnd fort, während die Spitzen seiner langen Finger über die eingekerbten Runen am Rand, das noch immer vor ihm stehenden Denkariums fuhren. Daraufhin zuckte Severus bloß mit den Schultern. Eine neuerliche Pause entstand, und Jean sah Fragen von einem zum anderen. Wie gestaltet sich derzeit eigentlich ihr Verhältnis zu Remus Lupin und dem Rest des aufrührerischen Kleeplatzes, wenn ich fragen darf, erkundigte sich Dumbledore. Jean hielt den Atem an. Es musste Severus ziemlich unangenehm sein, dass er schon einmal hier oben gesessen und dabei gepetzt hatte. An jenem Tag musste er blind gewesen sein vor Wut und Neid, musste er doch gewusst haben, dass Lupins Zustand Dumbledore nicht verborgen geblieben sein konnte und dass er Maßnahmen getroffen hatte, sowohl den jungen Wehrwolf vor sich selbst als auch seine Schülerschaft vor ihm zu schützen. Severus' Augen verengten sich, als er für einen kurzen Moment aufsah, um in Dumbledores Gesicht zu lesen. Ich versuche, mich von denen fernzuhalten, begann er, hielt dann einen Augenblick inne, als ob er innerlich abwägte, anschließend fügte er hinzu, jedoch bin ich bis heute der festen Überzeugung, dass es unverantwortlich ist, einem Wehrwolf in dieser Schule Zuflucht zu bieten. Jeans Mund klappte vor Überraschung weit auf, und sie vergaß sogar, ihre schwitzigen Hände zu kneten. Da saß Severus Napin mitten im Schulleiterbüro und übte offen und ganz unverhohlen Kritik am Oberhaupt von Hogwarts. Petzerei hin oder her, als noch minderjähriger Schüler die Entscheidungen seines Schuldirektors in Frage zu stellen, war ein starkes Stück, und Gene konnte nicht umhin, ihm dafür eine gewisse Portion Respekt zu zollen. Das trauten sich sicher nicht mal die Lehrer hier, zumindest nicht alle. Trotzdem war Severus' Benehmen in ihren Augen ungebührlich. Hier ging es nicht um die Rumtreiber, hier ging es um so viel mehr, und alles, was ihm einfiel, war, mal wieder seinen verletzten Stolz in den Vordergrund zu rücken. »Unverantwortlich von mir als Leiter dieser Schule, möchten Sie damit sagen?« Dumbledore nahm sich in aller Ruhe ein Zitronenbonbon aus der Schale auf seinem Schreibtisch, wickelte es umständlich aus und schob es sich in den Mund. Er bot auch den vor ihm sitzenden Schülern davon an, Severus lehnte dankend ab, Gene allerdings griff beherzt zu. Ihr Mund war vor lauter Aufregung trocken wie Sandpapier. Zwar hatte sie im Krankenflügel mehrere Kelche Wasser heruntergestürzt, doch sie fühlte sich schon wieder wie eine Verdurstende in der Wüste. »Wenn Sie so wollen, Sir«, gab Severus fast gelassen zur Antwort. Offenbar fühlte er sich im Recht. »Zusätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass Potter und Konsorten noch immer in schöner Regelmäßigkeit die Schulregeln brechen. Sie«, Gene trat unauffällig mit ihrem Fuß nach ihm, woraufhin er leicht zusammenzuckte. Es ärgerte und beschämte sie, dass er es noch immer nicht lassen konnte, die Rumtreiber bei Dumbledore anzuschwärzen. Noch mehr störte es sie, dass Severus offen Kritik an ihrem Schulleiter übte. Verstehen konnte sie seine Sicht der Dinge schon zu einem gewissen Maße, denn ein Schüler, der sich einmal im Monat in einen reißenden Wehrwolf verwandelte, war gewiss ein Sicherheitsrisiko für alle im Schloss, aber sie nahm stark an, dass Neid und Missgunst in Severus' Fall überwogen und dieses Wissen war Gene ausgesprochen unangenehm. »Da ist durchaus etwas Wahres dran, doch lassen wir das fürs erste einmal dahingestellt«, erwiderte Albus Dumbledore in gutmütigem Tonfall. »Es gibt Dinge, die man für den Moment vielleicht besser hinnehmen sollte, ohne allzu viele Fragen zu stellen. In der Annahme oder Hoffnung, dass alles schon seine Berechtigung haben, seinen Gang gehen wird. Dinge, die einem auf den ersten Blick unverständlich, wenn nicht gar unnötig oder gefährlich erscheinen, dienen nicht selten einem gewissen Zweck. Man sollte Vertrauen haben. Vertrauen in das Leben an sich. Vertrauen in die Zukunft.« Er warf Gene einen kurzen, jedoch bedeutungsvollen Blick zu, den diese auffing, jedoch eher zweifelnd erwiderte. »Miss Pearlman hier«, fuhr Dumbledore mit festem Blick in Severus' Gesicht fort, »hütet, wie Sie bereits herausgefunden haben, ein für Sie wichtiges Geheimnis, welches Sie auf mein Geheiß bewahren soll. Sie sollten Ihre Freundin nicht unter Druck setzen, es Ihnen zu offenbaren, zumal es der Wahrheit entspricht, dass sie Sie beschützen möchte. Begreifen Sie das, mein Junge?« Auch Gene sah nun wieder zu Severus hin. Davon, dass dieser die Bedeutung der soeben geäußerten Worte verstanden hatte, war sie felsenfest überzeugt. Er hatte soeben von Dumbledore einen Maulkorb verpasst bekommen, wenn auch unter dem Deckmäntelchen freundlicher Worte. Der Slytherin war nicht dumm, doch allem voran stand er seiner gesamten Umwelt zutiefst misstrauisch gegenüber. Dass Dumbledores Ansage ihm nicht schmeckte, war mehr als deutlich zu spüren. Mit eingezogenem Kopf hockte Severus auf seinem Stuhl, kratzte sich getrocknetes Blut aus den Ritzen zwischen seinen Nägeln und starrte vor sich hin. Irgendwann schob er den Kopf vor, schob sich einige störende Haarsträhnen hinter sein rechtes Ohr, sodass Gene jetzt auch sein Minenspiel verfolgen konnte. Ja, Sir. Mehr sagte Severus nicht. Dass er beleidigt, wenn nicht gar gedemütigt war, lag auf der Hand. Die Rumtreiber waren noch immer ein rotes Tuch für ihn, vier mehr oder weniger große Stachel in seinem Fleisch. Und die Tatsache, dass der Zwist mit ihnen hinter Gene und dem nicht näher definierten Geheimnis zurückstehen musste, dass diese hütete, schmeckte ihm nicht. Würde er es dabei bewenden lassen? Oder würde er von nun an erst recht alles daran setzen, herauszufinden, was es war, dass Gene mit Dumbledores ausdrücklichem Einverständnis vor ihm verbarg? Prima, dann sind wir hier also fertig. Dumbledore verzog seinen Mund zu einem breiten Lächeln, strahlte Gene und Severus an. Severus schoss von seinem Stuhl hoch wie ein Kasten Irrwicht aus Zonkos Scherzartikelladen und wandte sich mit einem kurzen Abschiedsgruß zur Tür. Doch als Gene sich anschickte, ihm zu folgen, wurde sie vom Schulleiter zurückgehalten. Auf ein Wort noch, Gene. Severus öffnete die Tür nur so weit, dass es ihm möglich war, seinen schmalen Körper hindurch zu quetschen, und schloss sie unmittelbar wieder hinter sich. Gene konnte sich vorstellen, wie er mit schnellen Schritten den Vorraum durchquerte, um über die spiralförnige Treppe zurück in den siebten Stock zu gelangen. Sie drehte sich wieder Dumbledore zu und sah ihn fragend an. Glauben Sie, das hat gereicht, Sir? Wird er damit aufhören, mich ständig mit Fragen zu bombardieren? Das kann ich nicht beurteilen, meine Liebe. Sie kennen ihn besser als ich, war Dumbledores Antwort. Glauben Sie, er ist sicher im Hause Slytherin, drängte sie weiter. Ob jemand mitbekommen hat, dass Strood, Branko und Sajay wegen uns im Krankenflügel gelandet sind? Und was ist überhaupt mit Nordall Nielsen? Sie müssen doch wissen, wie es um ihn steht, nachdem er von einem doppelten Fluch getroffen worden ist. Dumbledores Lächeln verschwand und er beugte sich in seinem Stuhl ein Stück vor. Soweit ich seitens der Heiler in London informiert bin, hat Nielsen das Bewusstsein noch immer nicht wiedererlangt, obwohl man sich im St. Mungo aufopferungsvoll um den Jungen Mann kümmert. Er hat es nicht verdient, hätte Gene am liebsten gesagt, doch sie hielt die Worte zurück, da sie wusste, wie Dumbledore darüber dachte. Ein verletzter Schüler bedurfte seines Schutzes, ganz gleich, was er getan hatte. Wegen ihr jedoch konnte Nielsen ruhig das Zeitliche segnen, über den Jordan gehen, abkratzen. Sie war selbst erschrocken über diese Erkenntnis, hätte niemals damit gerechnet, einmal so über einen Mitschüler zu denken. Ich für meinen Teil bin der festen Überzeugung, dass Severus in den Kerkern derzeit nicht sicher ist, erklärte Gene. Die da unten haben sich alle auf ihn eingeschossen. Können sie nicht Professor Slughorn bitten, sich der Sache anzunehmen? Jetzt sind es schon vier Personen, die angeblich von Severus geschädigt worden sind. Dass er in Notwehr gehandelt hat, interessiert ihn nicht, beziehungsweise wissen sie es genau. Doch sie, Sir, verstehen doch, wie der Zusammenhalt innerhalb der Häuser ist. Severus braucht Schutz und den müssen sie ihm gewähren. Ihre Bedenken sind nachvollziehbar, Gene, und ich verspreche Ihnen, dass ich mich darum kümmern werde. Dumbledore erhob sich und gab Gene so zu verstehen, dass die Unterredung beendet war. Sie warf noch einen letzten Blick auf das Denkarium, wobei sie sich fragte, ob Dumbledore sowohl die Gedanken an das soeben geführte Gespräch als auch die an sie und ihre wahre Identität direkt wieder der blau schimmernden Flüssigkeit überantworten würde. Doch sie traute sich nicht nachzufragen und verließ stattdessen zügig das Schulleiterbüro, um Severus möglichst noch in der Nähe des steinernen Wasserspeiers einzuholen. Zu ihrer immensen Erleichterung fand sie ihn tatsächlich dort wartend vor. Aufgeregt berichtete sie ihm, was Dumbledore über Nielsen gesagt hatte, während sie nebeneinander der Haupttreppe zustrebten. Dort angekommen, schickte Severus sich an, den direkten Weg nach unten zu nehmen, doch Gene fasste nach seinem Umhang und hielt ihn zurück. Hältst du es wirklich für eine gute Idee, jetzt in dein Haus zurückzukehren? fragte sie ihn sorgenvoll. Ich hab dir doch angeboten, dass du mit zu mir kommen kannst. Dumbledore wird mit Slughorn sprechen. Aber wer sagt uns denn, dass keiner von den Dermstrengs mitbekommen hat, wie die drei Verletzten hoch in den Krankenflügel transportiert wurden? Woher wollen wir wissen, ob nicht noch andere von dem Plan, uns beide da unten festzuhalten und zu maltretieren, gewusst haben? Severus, die Hand schon am Treppengeländer, sah zu, wie sich der obere Treppenabschnitt unter geräuschvollem Knarzen und sichtlichem Beben dazu bereit machte, wieder einmal die Richtung zu ändern. Die Treppe löste sich stöhnend aus der Verankerung und schwang nach links, sodass er einen Schritt zurück machen musste. Die aus meinem Haus halten mich für einen Feigling. Severus wischte sich eine vom Blut verklebte Strähne aus der Stirn. Allen voran Nielsen und seine Entourage. Dass ich mich dem Feind, sprich dir, verbrüdere, ist denen auch schon seit längerem ein Dorn im Auge. Glaubst du, ich habe Lust, mich denen zu stellen und noch einmal Prügel zu kassieren? Aber auf die Art hätte ich wenigstens meinen Stolz bewahrt. Deinen Stolz? Wiederholte Jean ungläubig. Dieser Gedanke ist typisch für einen Jungen, aber ich halte ihn einfach nur für dumm. Du bist nicht die Art Kämpfer, vergiss das nicht. Mit dem Zauberstab weißt du gut umzugehen, aber wir wissen doch mittlerweile beide, dass viele deiner Mitschüler Ruhe, Gewalt, Magie vorziehen. Außerdem sind die, die dir Übles wollen, eindeutig in der Überzahl. Sobald du deinen Gemeinschaftsraum betrittst, kann dir jemand als erstes den Stab abnehmen und der nächste schlägt dir ins Gesicht. Ich rate dir dringendst, warte ab bis morgen. Dann wird Slughorn sich eingeschaltet haben und kann dich im Auge behalten. Weißt du eigentlich, was ich für einen schlechten Ruf inzwischen habe? Severo schnaubte wütend. Erst waren es nur die Rumtreiber, die über mich hergezogen sind, aber zu der Zeit hatte ich noch Rückhalt in Slytherin. Doch damit ist es jetzt vorbei und der Grund dafür bist du. Fast fühlte Jean sich ob seiner Worte geschmeichelt, doch sie konnte sich durchaus vorstellen, wie sehr das Gesagte Severus in Bedrängnis brachte. Trotzdem wollte sie ihm seinen offensichtlichen Entschluss, sie hier und jetzt zu verlassen, ausreden. Koste es, was es wolle. Sie wollte Severus Snape in ihrer Nähe haben. Darauf hatte sie sich eingestellt. Darauf hatte sie gehofft. Meinst du wirklich, sie werden es dir als Feigheit auslegen, wenn du Slytherin eine Zeit lang den Rücken kehrst und dich mir anschließt? Jean bemerkte, dass Severus sich nach der nächsten Treppe umsah, die nach unten führte, und verstellte ihm deshalb mit voller Absicht das Blickfeld, in dem sie sich ganz dicht vor ihn stellte. Vielleicht ist das genaue Gegenteil der Fall und es imponiert den anderen Slytherins, wenn du, verzeih mir die Wortwahl, auf dein Haus scheißt. Severus lachte gekünstelt auf. Du hast keine Ahnung, was es heißt, ein Slytherin zu sein. Ich bin eine Schlange, kein edler Ritter auf der Suche nach immerwährend der Gerechtigkeit, so wie ihr Gryffindors euch so gern seht. Er versuchte, Jean zur Seite zu schieben, doch sie behauptete ihre Position wie ein Fels in der sprichwörtlichen Brandung. Ihre beider Nasenspitzen berührten sich fast, und obwohl ihre erst kürzlich gebrochene Jean immer noch schmerzte, genoss sie die Nähe zwischen Severus und ihr. Das vielleicht nicht, räumte sie ein. Aber mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass es Mut erfordert, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue einzuschlagen. Warum auf Biegen und Brechen Dinge tun, hinter denen du nicht wirklich stehst, bloß weil du im selben Haus bist wie die Leute, deren Meinung du nicht teilst? Wieso in Merlins Namen versuchst du ständig mich besser zu machen, als ich eigentlich bin? Mit einem unsanften Stoß beförderte Severus die junge Hexe beiseite. Wenn man dich so reden hört, könnte man meinen, du willst mir einreden, ins falsche Haus sortiert worden zu sein. Wütend wehrte er ihre Hand ab, die sich ein weiteres Mal in den Stoff seines Umhangs gekrallt hatte. Weil das einfach nicht stimmt. Ich bin ein Slytherin durch und durch, und identifiziere ich mich zu hundert Prozent mit Salazar Slytherin seinen Werten. Was hat jemand wie ich in Gryffindor zu suchen? Das ist, das ist eine Degradierung, ist das. Seine Stimme überschlug sich vor unterdrücktem Zorn. Soll ich mich wieder und immer wieder für mich selbst schämen? Woher kommt denn das auf einmal, fuhr Gene auf. Es war doch schon so gut wie abgemacht, dass du mitkommst. Du hast doch vorhin extra noch gefragt, ob das Angebot für eine Übernachtung in unserem Turm noch steht. Da war ich ja auch noch nicht für eine Zurechtweisung durch Dumbledore in dessen Büro angetreten, erwiderte der glühende Verfechter Slytherinscher Werte patzig. Stopp! Gene krallte sich jetzt regelrecht in seinem Unterarm fest. Du bist jetzt sauer, weil er dich gebeten hat, mich nicht mehr nach meiner Herkunft zu fragen? Hat dich das etwa auch in deinem Slytherin-Stolz gekränkt? Severus riss sich gewaltsam los und versetzte ihr einen unsanften Stoß nach hinten. Obwohl er so mager war, hatte er doch eine Menge Kraft. Gene taumelte rückwärts und hätte sich fast auf den Hosenboden gesetzt. Völlig verblüfft verharrte sie auf dem Fleck. Es ist doch immer dasselbe, rief er, seine Wut jetzt offen zeigend. Slytherins und Gryffindors sind wie Feuer und Wasser. Kaum war klar, dass Lily eine Gryffindor sein würde, fingen die Probleme zwischen uns an. Ich mache mich selbst zum Opfer, wenn ich mich mit ihr herumtreibe. Dann lasse ich mich lieber nochmal so richtig was aufs Maul geben, bevor ich auch noch als Blutsverräter gelte. Mit zwei langen, schnellen Schritten hatte er die, wie erstarrt dort stehende Gene umrundet und machte sich jetzt, augenscheinlich völlig ungerührt, auf den Weg zur Treppe. Bis zum nächsten Mal.